Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Dienstag, dem 24. Oktober. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Jan aus Wien hier. Ich habe heute wieder 10 techniknewslich vorbereitet. Es geht um Phishing, Netflix, Tesla, Stephen Hawking, Google Pixel 2, Essential Phone, Nokia 2, QNAP und Apple. Wir beginnen bei einer Warnung von der deutschen Polizei. Da soll angeblich gerade aktuell über den Facebook-Messenger eine neue Phishing-Maschine unterwegs sein. Im Endeffekt erhaltet ihr von einem Freund eine Seite mit einem Link auf ein YouTube-Video, auf dem angeblich ihr zu sehen seid. Wenn ihr diesen Link noch eröffnet, landet ihr aber auf der Anmeldungsseite von Facebook. Zumindest auf einer vorgegebenen Anmeldungsseite von Facebook. In Wahrheit ist das wieder eine Phishing-Geschichte. Das heißt, wenn ihr euch dort einloggt, greifen irgendwelche Datensammler, um es mal höflich zu formulieren, eure Daten ab und haben die entschließend. So dürfte es dann auch sein, dass sich dieses Ding verbreitet. Im Endeffekt, ja, warum kommt das von Freunden? Weil auch die quasi auf das hineingefallen sind, ihre Daten eingegeben haben und das dann so über deren Account verschickt werden kann. Dementsprechend immer aufpassen, selbst wenn von Freunden solche Nachrichten kommen. Wir kommen zu Netflix und vorgestern war ja das große Formel-1-Rennen in den USA. WM fast entschieden, die Formel-1 nähert sich dem Ende für die hoher Saison. Und für 2018 gibt es da interessante News. Angeblich ist der neue Formel-1-Besitzer Liberty Media in Diskussionen. Man will anscheinend die Formel-1 stärker in Richtung Internet bringen. Aktuell wird die auf Datsun und Sky übertragen, neben RTL. Ja, da könnte es allerdings sein, dass da irgendwie andere Gespräche oder andere Dinge ab 2018 laufen. Man sei angeblich in Verhandlungen eben mit Netflix. Generell kann es sein, dass das Ganze aus dem freie empfangbaren Fernsehen verschwindet und quasi nur noch Saisonstart und Finale irgendwie in der normalen öffentlichen Berichterstattung quasi auftauchen und im freien Fernsehen sehbar sind. Da soll angeblich die ARD im Rennen um das ganze Thema sein. Kommen wir zum Thema Elektroautos und dort gibt es eine kleine News zum Thema Tesla. Die sind immer noch dabei, überall Fabriken aus dem Boden zu stampfen. Es gibt unheimlich viele Vorbestellungen für das Tesla Model 3. Die wollen auch gedeckt werden. Seit Anfang November 2017 ist man jetzt angeblich in Verhandlungen mit China. Man will in China ein entsprechendes Werk öffnen, will sich dort aber möglichst weit unabhängig von der Regierung halten. Das macht das ganze Thema natürlich sehr schwer. In China ist es ja kaum möglich, irgendwas zu starten, wo nicht der Staat seine Finger im Spiel hat. Wir kommen zu Stephen Hawking, dem sehr bekannten Physiker. Und der hat jetzt seine Doktorarbeit von damals unter Anführungsstrichen, die wurde 1966 veröffentlicht. Er ist auch noch online veröffentlicht. Im Endeffekt sagt er, dass er hofft, damit Leute zu inspirieren, nicht mehr auf ihre Füße zu sehen, sondern hinauf in den Himmel. Ja, dementsprechend, wie er Interesse daran hat, die sehr komplexe englischsprachige Doktorarbeit zu lesen. Ab heute, beziehungsweise gestern, ist sie kostenlos verfügbar und kann von jedem gelesen werden. Ein guter Schritt in diese Richtung, meiner Meinung nach. Wir kommen zu Google und zu Android-Funds, zu Pixel 2 XL konkret. Ja, und die haben nicht wirklich Glück mit den OLED-Displays. Da gibt es das Problem, dass sich da quasi Schatten bilden durch einen Burn-In-Effekt. Das ist für OLED-Displays, muss man jetzt für eines halber sagen, nicht ganz so ungewöhnlich. Was nur sehr ungewöhnlich ist, dass das nach ein paar Tagen auftaucht. Man will das jetzt genau und näher untersuchen. Im Endeffekt, der Display-Hersteller ist LG. Die basteln zwar sehr schöne, große OLED-TV-Geräte, auf der anderen Seite, wenn man sich da allerdings ein paar ansieht. Solche Probleme gibt es auch bei denen. Vielleicht liegt es also tatsächlich an der Pixel-Fertigung von LG. Wir müssen mal gucken, wie es tatsächlich weitergeht. Hoffentlich bleibt uns ein Rückruf quasi mehr oder minder erspart. Vom einen Android-Phone zum anderen Android-Phone. Die Rede ist jetzt vom Essential-Phone, das Phone von Andy Rubin, das ja relativ holprig gestartet ist. In Europa soll ja jetzt da die Einführung kommen. Für alle die, die interessiert in dem Gerät sind, gibt es gute Nachrichten. Offensichtlich verkauft sich das Gerät nicht besonders gut. Das wird nämlich jetzt im Preis gesenkt. Das ganze Ding kostete 699 US-Dollar, soll ab sofort 499 US-Dollar kaufen. Den Preisunterschied wird man dann eben auch in Europa merken. Es gibt sogar eine Entschädigung für alle, die bereits quasi 700 Dollar dafür bezahlt haben. Die bekommen entweder einen 200-Euro-Nachlasscode für ein zweites Gerät, für Freunde oder Familie, oder aber die Essential 360-Grad-Kamera geschenkt. Wir bleiben bei Android-Phones, kommen jetzt aber zu Nokia. Die planen offensichtlich ein neues Einsteigermodell. Noch im Weihnachtsgeschäft soll ja das Nokia 9 kommen, das ist ihr Top-Modell quasi. Aber auch das Nokia 2, das soll schon für 999 Dollar erhältlich sein. Ein paar Details weiß man aufgrund der Anmeldung bei der FCC in den USA auch schon. Offensichtlich hat das Ding sehr, sehr lange Akku. Dafür, dass es doch ein relativ schwaches Gerät ist, ein 4000 mAh deutet auf sehr lange Akkulaufzeit hin. An Bord sollen Qualcomm Snapdragon 212 sein. Eben ist kein Leistungswunder, aber dafür zum Beispiel eben sehr langer Akku. Wir biegen ab in die Apple-Richtung und dort gibt es zum einen mal unter Anführungsstrichen traurige News, oder je nachdem wie man das sehen will. Im Oktober veranstaltet Apple normalerweise ja auch immer noch eine Keynote. Im September geht es dann meistens um iPhones. Im Oktober, ja, schwieriges Thema. Früher waren es mal iPods, die sind ja mittlerweile quasi fast eingestellt, auch wenn wir noch auf einen Touch warten. Mittlerweile, ja, waren es dann öfter mal iPods. Da gab es vorher auch schon alles neu, so ziemlich. Ja, bliebe die Frage, was noch bleiben sollte. Letztes Jahr waren es Macs, da wissen wir ja auch schon, dass der iMac Pro kommt und wir wahrscheinlich nicht mehr großartige Neuerungen in diesem Jahr sehen werden. Tja, dementsprechend hat ein normaler Leser eines amerikanischen Magazins mal ein E-Mail an Apple geschrieben. Er bekam eine Antwort von niemand geringeren als Craig Federighi, der Chef, der für die Softwareentwicklung verantwortlich ist. Und der sagte, also antwortete quasi, I think we are all keynoted out for the season. Bedeutet, wir haben alles, was wir zu sagen hatten, gesagt. Dementsprechend, wir können davon ausgehen, dass es im Oktober oder November eben quasi kein App-Revent mehr geben wird und damit auch keine neuen Produkte mehr, zumindest keine, die groß auf eine Keynote angekündigt werden. Wir schließen mit dem iPhone X und das wird ja am Freitag in die Vorbestellungen gehen. Und es gab ja schon sehr, sehr viele Gerüchte, dass die Produktionsmenge da sehr gering sein soll. Jetzt gibt es eine neue Schätzung von Q. Das ist ein sehr bekannter Analyst in den USA bei KGI. Ah, USA, sorry. Der KGI selber, beziehungsweise Q selber ist. Kinesi oder Japaner, irgendwas der asiatischen Richtung zumindest. Ja, und der geht davon aus, dass zum Marktstart quasi am Freitag 3 Millionen iPhone X verfügbar sein werden und das ist eindeutig zu wenig. Normalerweise setzt Apple auf jeden Fall jenseits der 10 Millionen Geräte ab. Heuer ein bisschen schwer zu sagen, aufgrund dieser Einschätzung, dass nur 3 Millionen verfügbar sein werden am Freitag, hat er auch seine Einschätzung für das erste Quartal zurückgezogen. Er geht davon aus, dass Apple trotz allem 25 bis 30 Millionen Geräte im ersten Quartal verkaufen wird. Das war es mit der heutigen Ausgabe. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.